Weg. Gut, dann war hier ein Blatt gewesen. Das Rohr hat nichts zu bedeuten. Aber hier war ein Blatt nach oben gewesen. Da ist es. Das nehmen wir jetzt. Damit wir aus diesem Graben rauskommen. Was ist das denn? Krass. So. So, okay, nicht schlecht, nicht schlecht, das ist wirklich nicht schlecht, wir sind ja in diesen komischen Graben drüber, aber ich habe für euch jetzt eigentlich keine Zeit, wir müssen, ich will jetzt hier hoch und wir kommen hier hoch, hier ist so eine Art Rad, okay, da haben wir schon mal einiges geschafft, acht weg, ich kann den Platz im Inventar, ich kann es schon nicht mehr lesen, muss ich hier irgendwie was kaputt sprengen, damit sich das Rad wegdreht, oder? Okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite des Grabens, allerdings hat das jetzt auch nicht geholfen, weil wir müssen ja irgendwie hier rüber, Oder ich will hier rüber, ähm, weiter in die Richtung Mann, meine Fresse, ich komme ja nicht durch Dann ist hier eventuell ein Zugang und ein weiteres Labor So, so, das ist schön, ähm, jetzt haben wir wieder neue Sachen kennengelernt, die müssen natürlich gleich analysiert werden, das ist immer wichtig Super, super, super duper, okay Dann haben wir das noch hier Okay Irgendwas wichtiges? Nö Von hier aus sind wir gekommen, aber hier hoch geht es ja nicht weiter. Ach Mist. Vielleicht komme ich von da, genau, irgendwie da rein. Mal gucken, was es hier so gibt. So, 5. Soldatentermite. Okay, das war jetzt wohl nicht großartig was, um ehrlich zu sein. Wie sieht es hier aus? Ähm, ja. Hey, Alter, ey, wirklich. So, meine Fresse. Schön hoch, ich möchte eine Übersicht haben, wo ich gerade stecke, wo ich bin. Ähm, okay, dann geht es von da aus hier wahrscheinlich hier rüber. Gut, jetzt sind wir hier hinten angelangt. So, das ist schon mal was Schönes. Ähm, hier hoch zu kommen ist unwahrscheinlich. Aber hier rüber zu kommen ist wahrscheinlich. So. Ach, shit. Und tief gefallen. Aber hier ist ein Labor. Hier ist versperrt. Da ist versperrt. Ähm. Merkbank. Fehlt das hier. Okay. Das ist aber hier schön viel hier drüben. Das war der eine Termitenhügel. Jetzt gucke ich mal von hier außen. Gibt es da noch weitere Zugänge? Ja. Hier ist glaube ich noch irgendwo ein weiterer Zugang. Genau. Ich gehe jetzt mal weiter hier rüber. Okay. Scheiße, weil ich fast wieder reingeflogen. Meine Fresse aber auch. Na, ich will mir den Bergbomb bauen, deswegen nehme ich das mit. So, komme ich hier irgendwie rüber, 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 rüber. Keine Ahnung, was das war. Aber es wird schon irgendwas sinnvolles gewesen sein. Hier ist wieder eine ganz andere Kultur hier unten. Der kleine Garten hat ja mehrere Kulturen. So, ich erkunde das erstmal, um zu schauen, wo ich eigentlich stecke. Das teile ich hier nur mit, falls ich eine Werkbank brauche für einen Mix Air. dann lasse ich das gleich da, da kann ich auch gleich wieder Bomben bauen. Ja. Ein eigenes kleines Ländchen hier. Na gut. Die ist harmlos. Wie sieht das hier aus? Der Löffel liegt nicht ohne Grund so da. So, habe ich jetzt gerade ein bisschen entfernt. Ich bin dein Vater. Ich liebe dich. Und ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja ich nacht. Bis zum nächsten Mal.